Das Königreich Makedonien war ein antikes Königreich im Norden Griechenlands und wurde von der Dynastie der Agaden gegründet. Den Höhepunkt seiner Geschichte stellt die Ausdehnung des Reiches unter Alexander dem Großen dar. 146 v. chr. wurde Makedonien zur römischen Provinz Mazedonier, was das Ende des Königreichs bedeutete. Ereignisgeschichte Der Kleinstaat Makedonien, ob das antike Makedonien zu Griechenland zählte, ist seit langer Zeit umstritten. Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien spätestens seit dem 7. Jahrhundert v. chr. bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region. Die historische makedonische Königsliste reicht nicht weiter als bis ins 7. Jahrhundert v. chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der in späteren Quellen als erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist unklar. Auch wenn die Dynastie der Agaden, die er begründet haben soll, angeblich Nachfahren der aus Agos stammenden Themeniden, noch in historischer Zeit in Makedonien herrschte. Während der Perserkriege wurde Makedonien dem persischen Großkönig Daraiossi Tributpflichtig und musste sich den Achämeniden unterwerfen. Nach dem Ende der Perserkriege erlangte der makedonische König Alexander I. für Makedonien die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn des Peloponesischen Krieges war Makedonien ein Verbündeter Athens. Als jedoch Potidaie vom artischen Seebund abfiel, unterstützte der makedonische König Perdikos II. Diese Stadt sowie die übrigen schokidischen Städte. Daraufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von Perdikos Bruder Philipp unterstützt wurden. Wenig später schlossen Makedonien und Athen jedoch ein neues Bündnis. Während Perdikos Herrschaft wechselte die politische Lage noch mehrmals. Als Archelaossi im Jahre 413 v. Chr. König von Makedonien wurde, legte er den Grundstein für die spätere Großmachtstellung Makedoniens. Der Staat Makedonien war bis zu Archelaoss Amtsantritt nur schlecht geführt worden und seine Organisation war nur rein systematisch. Archelaoss leitete eine Reihe innerer Reformen ein und verbesserte die Verwaltung, das Militär und den Handel erheblich. Er ließ eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, verbesserte die Organisation seines Militärs und baute die kulturellen Kontakte zum südlichen Griechenland aus. 392 v. C.H.R. Wurde Amintas III. Makedonischer König und führte Kriege gegen die Illyra, deren Invasionen Makedonien nur knapp überstand. Mittlerweile war auch der Tschokidische Bund zu einem erheblichen Machtfaktor in Nordgriechenland geworden und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit. Makedonien Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der Tschokidische Bund musste im Jahre 379 v. C.H.R. Kapitulieren Die meisten Städte der Tschokidike wurde in das Makedonische Reich eingegliedert. Vormacht in Griechenland 359 v. C.H.R. Bestieg Philipp II. Den Thron von Makedonien. Der Einfall der Fokka in Thessalien ermöglichte Philipp II. sich an dem Krieg zu beteiligen und so in Mittelgriechenland Fuß zu fassen. Der Hilferuf der Thessalie war also ein willkommener Vorwand, um makedonische Truppen nach Zentralgriechenland zu verlegen. Philipp II. Gelang es, die Fokka in der Schlacht auf dem Krokusfeld zu besiegen, woraufhin Makedonien in die Amphik-Thionische Liga aufgenommen wurde. Durch die Aufnahme in diesen religiösen Verband wurde Makedonien praktisch in die Gemeinschaft der Griechen aufgenommen und konnte somit seine Herrschaft bis nach Thessalien ausdehnen. In den 370er Jahren v. C.H.R. Gelang es den Städten auf der Tschokidike ihr Bündnis zu erneuern und der Tschokidische Bund gewann wieder an Einfluss. Jedoch lag er inmitten des makedonischen Herrschaftsbereiches und wurde 349 v. C.H.R. Erneut in das makedonische Reich eingegliedert. Der Sieg Philipps im Zweiten Olympischen Krieg war eine wichtige Zwischenstation des Machtausbaus des Königreichs Makedonien über ganz Griechenland. Wie groß die Machtstellung der Makedonien in Griechenland zu dieser Zeit bereits war, konnte man 339 v. C.H.R. an der Beteiligung am Vierten Heiligen Krieg erkennen, in dem Philipp II. zum Anführer der Amphik-Thionischen Staaten gegen Amphissa ernannt wurde. Philipp II. begann nun auch mit der Expansion außerhalb von Griechenland, indem er Byzantion in Kleinasien belagerte. Dadurch gefährdete er die Getreideversorgung Athens, sodass dieses Makedonien den Krieg erklärte. Im August 338 v. C.H.R. vernichtete Philipp II. mit seinem Heer die alliierten griechischen Heere Thebens, Athens und anderer Stadtstaaten, womit Makedonien nun auch in Zentralgriechenland eine wichtige Position einnahm. Das Alexanderreich 336 v. C.H.R. wurde Philipp II. ermordet und sein Sohn Alexander III., der bereits an der Schlacht von Czerwanaia beteiligt gewesen war, neuer König von Makedonien. Schon Alexanders Vater Philipp hatte Pläne für einen Angriff auf die Perser geschmiedet. Angeblich um Rache für die Invasion Griechenlands rund 150 Jahre zuvor zu nehmen. Allerdings dürften dabei er machtpolitische Gründe den Ausschlag gegeben haben. Alexander setzte die Pläne seines Vaters fort und startete im Frühjahr 334 v. C.H.R. Seinen Feldzug gegen das Achemenidenreich, das von Großkönig Daraos III. regiert wurde. Das ursprüngliche Ziel des Persien-Feldzugs war eigentlich nur die Eroberung der Westküste Kleinasiens. Doch als Alexander dieses Ziel bereits im ersten Jahr erreichte, beschloss er seine Expansion fortzusetzen und eroberte den gesamten Westteil des Achemenidenreichs. Danach eroberte Alexander, dessen Ansehen bei den Griechen und Makedonen rapide Anstieg, Phönizien und Palästina. Von wo aus er nach Ägypten marschierte, dass er ohne Gegenwehr einnahm, da die Ägypter ihn als Befreier von Persien sahen. Während Alexander 331 v. C.H.R. Babylon einnahm, nutzten die Spatiaten seine Abwesenheit, um sich vergeblich gegen die makedonische Herrschaft zu erheben. 330 v. C.H.R. wurde das Achemenidenreich endgültig von Alexander besiegt. Nun begann er das Perserreich zu sichern, indem er einen Rachefeldzug gegen Bessos, den Mörder des Achemenidenkönigs, führte, da er die Unterstützung der persischen Adligen brauchte. Nachdem Bessos 329 v. C.H.R. gekreuzigt worden war, schlug Alexander eine sogtische Revolte nieder und eroberte das gesamte Perserreich. Nun versuchte Alexander sein Imperium weiter nach Osten auszudehnen und marschierte 326 v. C.H.R. nach Indien. Städte und Dörfer wurden zerstört und ihre Bevölkerungen getötet, bis irgendwann die Männer Alexanders sich weigerten weiterzugehen. 323 v. C.H.R. starb Alexander in Babylon. Die Diadochenzeit nach dem Tod Alexanders des Großen erhob sich Athen gegen die makedonische Herrschaft in Griechenland. Athen gewann schnell weitere Verbündete, die jedoch 322 v. C.H.R. von Makedonien bezwungen wurden, womit Makedonien seine Machtposition in Griechenland behielt. 321 v. C.H.R. folgte der erste Diadochenkrieg, in dem es um die Herrschaft über das von Alexander eroberte Weltreich ging. Die Gefährten Alexanders im Asienfeldzug, die als seine Diadochen bezeichnet werden, begannen, um die Regentschaft zu streiten. Auf der einen Seite standen die legitimierten Vertreter des makedonischen Königtums, welche die Reichseinheit waren wollten. Auf der anderen Seite standen die Opponenten, welche die Regentschaft über das Alexanderreich beanspruchten. Schon nach dem Zweiten Diadochenkrieg 316 v. C.H.R. hatten sich fünf Diadochen eigene Herrschaftsgebiete im Raum des Alexanderreichs eingerichtet, formell bestand die Reichseinheit aber noch fort. Im Vierten Diadochenkrieg 307 v. C.H.R. war das Alexanderreich faktisch zerfallen. 281 v. C.H.R. endete der sechste und letzte Diadochenkrieg. Als Ergebnis der Kämpfe hatten sich drei große Nachfolgestaaten gebildet. Das Betolämereich in Ägypten, das Seleukedenreich in Asien und das Königreich Makedonien, das von den Antigoniden übernommen wurde. Das Betolämische Ägypten, das Seleukedenreich und das Königreich Makedonien waren nun die dominierenden und meist untereinander verfeindeten Nachfolgestaaten. Nachfolgestaaten des Alexanderreiches 267 v. V. C.H.R. kam es zu Machtkämpfen, wobei sich Makedonien gegen Athen und Sparta behaupten musste, die von den Großmächten benutzt wurden, um sich als Befreier der Griechen vom jeweiligen Gegner ausgeben zu können. 261 v. V. C.H.R. Musste Athen jedoch kapitulieren und eine makedonische Garnison in der Stadt dulden. Es verlor dadurch weiter an politischer Bedeutung und hörte endgültig auf, als selbstständige Macht zu existieren. Makedonien hingegen erreichte unter Antigonus II. Mit dem Ausgang des Krieges wieder jene Ausdehnung, die es zu Zeiten Philipps II. hatte. Ebenso wie das Seleukedenreich fühlte es sich aber durch die wachsende pitholemäische Dominanz bedroht, sodass es 260 v. C.H.R. zum Zweiten Syrischen Krieg kam. Antigonus II. und Antiochos II. verbündeten sich mit dem Ziel, Ägyptens Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum zu brechen. 253 v. C.H.R. hatte sich die Lage wieder beruhigt und es wurde ein Frieden beschlossen. Auch am Dritten Syrischen Krieg 246 v. C.H.R. war Makedonien beteiligt, da 243 v. C.H.R. Die Küstenstädte Trakiens durch Pätolemäus III. besetzt worden waren. 228 v. C.H.R. versuchte Sparta, seine Vormachtstellung in Griechenland wieder zu erlangen. Sparta wurde während des Krieges finanziell vom Pharao Pätolemäus III. unterstützt. Die Acheier änderten daraufhin 225 v. C.H.R. ihre bisher antimakedonische Politik und riefen die Makedonen zu Hilfe. Es folgten blutige Kämpfe, bis Sparta 222 v. C.H.R. geschlagen wurde. 220 v. C.H.R. kam es erneut zu Auseinandersetzungen mit Sparta, das sich diesmal mit dem Eitolischen Bund verbündet hatte. 217 v. C.H.R. Schloss Philipp V. Mit dem Eitolischen Bund den Frieden von Nau-Paktos. Niedergang und römische Eroberung nachdem die römische Republik 217 v. C.H.R. Während des Zweiten Punischen Krieges schwere Niederlagen gegen Hannibal erlitten hatte, sah Philipp V. eine günstige Gelegenheit gekommen, sich der unter römischem Patronat stehenden Küstenstädte Illyriens zu bemächtigen. Im Jahr 205 v. C.H.R. wurde schließlich der allgemeine Friede von Phuynike geschlossen, in dem der jeweilige Status quo anerkannt wurde. Den Zweiten Makedonisch-Römischen Krieg verlor Philipp V. jedoch und wurde so gezwungen, seine Flotte und Stützpunkte sowie die Hegemonie über Griechenland aufzugeben. Philipp musste außerdem auf jede weitere Expansion in Griechenland verzichten und auch die makedonische Herrschaft im Kleinasiatischen Karien fand. Nun ein Ende. Perseus versuchte die Vormacht Makedonins wiederherzustellen, scheiterte jedoch im Dritten Makedonischen Krieg gegen die Römer 168 v. C.H.R., woraufhin sein Reich unter römische Herrschaft kam. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung im Anschluss an die Zerschlagung der makedonischen Selbstständigkeit bildete vermutlich den Nährboden für den Aufstand des Andreskos, der in den Vierten Makedonisch-Römischen Krieg mündete. Schließlich wurde Andreskos ein 146 v. C.H.R. hingerichtet und Makedonien eine römische Provinz. Staatswesen und Währung Makedonien war eine Monarchie, die makedonischen Könige wurden als Basileus bezeichnet. Traditionell war das makedonische Königtum bis in die Zeit Philips II. schwach ausgebildet. Der König fungierte er als Primus inter pares und hauptsächlich als oberster Feldherr. Dazu trug auch die starke Stellung des Adels bei. Erst Philipp II. gelang es, das Königtum wesentlich zu stärken, wobei er den Adel in seine Politik einbannt. Die Währung im Königreich Makedonien war später die antike Drachme aus Silber. Die Drachme war im gesamten hellenischen Kulturkreis verbreitet und wurde in vielen Städten geprägt. Wichtige Städte Bis 410 v. C.H.R. war Aigai die Hauptstadt des Königreichs Makedonien. Auch später diente der Ort als Begräbnisstätte der makedonischen Könige. Zur Stadt gehörten mehrere Heiligtümer und ein Theater, das in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts v. C.H.R. erbaut wurde. Zur Zeit Philips II. und Alexanders des Großen war Pelar die Hauptstadt. Hier wurde unter anderem Alexander der Große geboren. In Dion ließ der makedonische König Archelaus der erste erstmals olympische Festspiele ausrichten. Später diente dieser Ort als Militärfestung Philips II. Weitere bedeutende Städte waren Philippi, Thessaloniki und Veria. Bevölkerung Die Makedonen sprachen makedonisch, eine heute ausgestorbene indogermanische Sprache. Bislang ist nicht klar, ob makedonisch ein griechischer Dialekt war oder eine eigenständige Sprache, die mit dem Griechischen nur verwandt war. Offenbar wurde auch die Zugehörigkeit der Makedonen zu den Hellenen in der Antike, besonders von Athen, bezweifelt. Ab 408 v. C.H.R. waren sie jedoch nachweislich zu den olympischen Spielen zugelassen, waren also als Hellenen anerkannt. Punkt. Alle Inschriften aus Makedonien wurden entweder in der artisch-griechischen Sprache oder in einem griechischen Dialekt verfasst, der sowohl mit den nordwestlichen Dialekten von Epirus als auch mit den nordöstlichen Dialekten von Thessalien verwandt ist. Die Religion in Makedonien war von der griechischen Kultur geprägt. So befanden sich auch in Makedonien Tempel hellenischer Gottheiten.